Diese zu veräußernde 7 Zimmer Doppelhaushälfte steht in Glashütten. Das im Jahr 2004 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Es wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Keller und zwei Außenparkplätze. Es hat fünf Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 449 qm bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 175 qm. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 465.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung. BR 2017